Hi Leute und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Wir haben jetzt ein paar ein bisschen hart auf die Schnurzeln bekommen. Wir möchten es aber endlich mal wieder gegen Link probieren. Hoffentlich klappt das auch nicht so stark, aber wir probieren es einfach mal. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir ein bisschen unsere Geister umändern. So weniger Schaden oder so bekommen. Wir haben ja zum Glück endlich mal ein paar neue Kämpfer. Wollen wir hoffen, dass wir mit denen das rollen. Aber wenn wir immerhin das Schwert bekommen. So. Ah, kann sie noch werden, schade. Oh, oh. Oh, fuck's. Oh, Gott. Mann. Nein, 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 weg. Toll. Autsch. Kann ich mich mal in Ruhe lassen. Ah. Verprügelt mich. Scheiß Items. Kann ich mir nicht klar. Oh, Gott. Der Fahne-Models. Stirb endlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Er hat uns verfehlt. Nice. Nein. Wir haben trotzdem getötet. Ah, das war so knapp. Shit. Komm schon. Schade. Der ganze Angriff hat 4% gemacht. Wow. Ich war schon froh, dass er uns mit seiner kurischen Ulti nicht getroffen hat. So ein blöden Pfeil. Ich muss ihm mehr vermöbeln. Und er macht mir ein, gefühlt zwei Schläge. Wow. Wow. Nein. 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 Aber nicht doof. Oh, mein Gott. Samet Fox kommen wir definitiv schon besser gegen ihn an. Aber immer noch nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Ah, ich weiß noch, damals haben wir uns richtig hart fertig gemacht. Aktuell geht's gerade. Aber, ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ich weiß ja, er ist mega stark. Mann. Mann. Nein. Oh, das gibt's nicht. Eine Dummheit und schon verloren. Hammer. Warum muss das immer auf Plattformen sein? Warum? Das ganze Spiel besteht aus Plattformen. Scheiß. Ah, komm schon nach links. Wow. Oh, Falschrechterung. Ah, diese blöde Bombe. Oh, Papa. Mann. Mann. Was sind wir wohl? Absa. Wahaha. Back they're. Meine Güte, warum hast du so viel Schaden mit Sammeln angegriffen? Oh wow, das Blöde ist, er macht uns mit dem Müll viel mehr Schaden als für ihn. Nein, ach komm schon, das Problem ist, dass wir unsere Ulti nicht schneller kriegen als er. Er kriegt die immer schneller als wir, dadurch tötet er uns mit dem Angriff zur Not. Wir brauchen ein paar mehr Punkte, damit es nicht umso schneller aufgeht. Ich verstehe auch nicht, warum ich immer in die falsche Richtung gucke. Ich weiß nicht, warum mir das immer wieder passiert. Autsch. Autsch. Oh, die Schaden. OUCH WHAT WOAH Alter, ich kann mit meinen Schüssen da überhaupt nicht hinnehmen. Oh nö, seit dem Müll auch noch. Haha, ist ja gut, ich komm noch nicht raus. Jetzt soll ich mit Bowser spielen oder so? Wir probieren es mal mit Bowser. Vielleicht ist der irgendwie besser gegen ihn, weil er mehr Schaden macht. Was ist denn überhaupt ein Geister? Keine guten. Na toll. Geht ja gut los. Ähm, wir haben eigentlich mit Fox schon gute Chancen gehabt. Können auch Linken nehmen, aber den kann ich halt nicht spielen. Ähm, ja. So, dann müssen wir nochmal ein paar Geister ändern. Und zwar auf den. Probieren wir es einfach mal aus. Bereit? Los! Der macht aber auch einen Schaden. So. Nein. Wie, er hat seine... Ach, das war ein normaler Fall. Ich dachte, er hatte, ähm, die Dinge schon. Das ist ein super Pfeil. Das hat mich jetzt auch gewundert. Ah, okay. Probieren wir jetzt ein bisschen was anderes. Los! Ah, komm schon. Ah, komm schon. Ah, ich bin zu weit weg. Drückt extra schon nach links und er bewegt sich einfach nicht. Oh wow. Haha, das war dumm. Okay, nochmal. Okay. Bowser scheint ein bisschen zu langsam zu sein für mich. Jedenfalls gegen Link. Bereit? Los! Was ist denn überhaupt so langsam? Ich komme mir richtig hart langsam vor. Haben wir die falschen Geister drin oder was? Haben wir die falschen Geister drin oder was? Ah, der hat auch einen Reichweiter nicht. Ah, der hat auch einen Reichweiter nicht. Na komm hoch. Kann ich einfach sterben. Oh. Kannst du... Langsamer er geht. Nein! Oh, das war gut. Aber er kann nur noch haben, ja. Oh mein Gott, ich wollte hüpfen. Endlich. Oh mein Gott, Bowser, du bist so schön stark. Oh wow, hat das gedauert. Spezialstandard. Versteckt? Spezialstandard. Alles klar. Oh wow. Ich muss mal gucken, was dieser Giga Bowser macht. Macht der uns langsam oder... Warum kommt mir Bowser so langsam vor? Moment. Ähm, Gruppe. Geister. Was macht dieses Ding? Feier den Griff hoch. Habe ich noch irgendwelche Infos oder was? Wir können das Ding stärken. Autohausfall entfernen. Nö. Hm. Keine Ahnung. Na ja gut. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Endlich. Forest Stage. Na, keine Musik. War nicht schlecht. Ich habe jetzt was besseres gehabt. Er hoffe für den Kampf, aber... Naja. Ah, hier dürfen nicht durch. Warum nicht? Ich will dahin. Über links. Genau. Dann gehen wir mal hier lang. Und nach oben. Dürfen wir nicht. Ah. Kram schon. Aber hier runter, ne? Wo kommen wir hier überhaupt hin? Waren wir schon mal? Scheinbar ja. Oder? Aha. Okay. Dann gehen wir hier mal hoch. In der Anfang kommen wir da hin, wo wir hinwollen. Aber... Das sieht nicht so aus. Ah. Wie kommen wir da hin? Moment. Wir können doch die Karte anzeigen, oder? L. Wir müssen eigentlich nach unten. Da wo die blauen... äh, grünen... wo die grünen Ausrufezeichen sind. Dann können wir da lang und... Ja, dann gehen wir doch da einfach lang. Komm. Wenn wir da eben schon mal waren. Oder eh schon mal sind. Hier unten. Wir müssen... Woran darf ich sehen? Das kriegen wir wohl hin? Äh, Kampf. So. Bereit? No! So übelst langsam. Das wundert mich halt. Haben wir eben Geister uns langsam gemacht? Boah, jetzt macht er uns mit so nem Müll fertig. Mit ner Blume. Aber wenn ich angreifen will, haut mit seiner Blume zu. Wow. Das ist doch... Dann greifen wir halt von oben an. Wenn er es nicht anders will. Komm her. Ah! Er fällt zu tief. Gewonnen! Ähm, ok. Das war einfach. Wir brauchen nur einen Sterner, von daher. Verständlich. So, jetzt können wir endlich hier hin. Gehen wir aufs Meer hinaus. Gehen wir aufs Meer hinaus. Fisch. Haha. Einfach nur Fisch. Ähm. Ja. Kämpfe einfach mal. Spezialstandard deines Gegners ist stärker. Smash of Zeit. Oh nein. What? Nee. Einfach aufs... Nein. Wir können hier nicht aufs Stage kicken. Die erste Stage, wo man nicht aufs den Rand fallen kann. Kann ich ver... Wohl lassen hier. Stimmt doch einfach. Okay. Wohl. 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 Das Lopez hat fast runter gezogen. Ich hasse solche mapspezifischen Sachen. Das ist einfach ein fairer Kampf dann. Einmal ins Wasser fällt so, oh, Schadetuch. So, was haben wir? Mehr Jungfrau, wo kommt die denn hier aus? So, Legendary Starfire. Habe ich nie gespielt. Na gut. Redner heilt sich fortlaufend. Egal. Sollte machbar sein. Start mit 30%. Ah. Er ist echt nicht der Schnellste. Ey, ey, ey. Okay. Nein, nein, nein. Ah, hab ich's backen. Kleines Ding. Raus mit dir. Schön. Schön, schön, schön. Wahrscheinlich gehen wir damit weniger unter. Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir hier? Sternenzepter. Okay. Probieren wir's. Good, Kirby. Zeig, was du hast. Oh nein, hast du wieder so viele. Oh, je, je, je. Abbie habe ich ja. Oder was ähnliches. Na, komm. Oh mein Gott. Ah, die haben alle Items. Das ist nicht schwer. Sterb doch einfach. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll hier. Ich würde die ganze Zeit verprügelt vernehmen. Oh shit, das wäre nicht gut. Wow, alter Schwede. Ne. Jesus Rettung ist einfach zu schwach. Ja, probieren wir einfach nochmal. Oh wow. Oh, ja, ja, ich muss durch die Gegend halb ich schon verstanden. Oh, lass mich doch wenigstens aufstehen. Wow. Wie ist einfach so? Das muss doch irgendwas machbar sein. Ah shit. Nein. Lass mich nicht überraschen. Oh wow. Nein. Nein. Oh mein Gott. Wir machen eine Menge Schaden jetzt. So. Oh mein Gott, ja. Komm hoch, komm hoch. Oh nö, das war so gut. Jetzt, wo wir noch einen hatten, macht er einen Schlag tot. Taktik funktioniert, bis wir halb genug Schaden haben. Wow. Ja, ja, lass mich hüpfen, meine Güte. Okay. Wow. 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 Oh shit. Können wir mal kurz im Ruhl lassen, dass ich wieder da bin, wo ich bin? Ah. Wow. In der Luft abgefangen. Nein. Okay, tot. Puh. Okay, wir können es schaffen, haben wir gemerkt. Wenn wir unsere Ulti einmal kriegen, dann fliegen die. Aber so weit muss es erstmal kommen. Das probieren wir einfach beim nächsten Mal nochmal genauso weiter. Kann nicht so schwer sein. Hoffe ich. Wir werden es einfach ein bisschen weiter probieren. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.